Was brauchen wir für die Bremsbelege vorne zu wechseln? Also ich nehme Bremsen an die Quietschpaste. Wenn man die Bremssättel noch ordentlich sauber machen will, zur gleichen Zeit, braucht man natürlich noch einen Eimer, eine Zahnbürste, einen Reiniger, Spüli, Warmwasser. Gut, dann fangen wir einfach mal auf der rechten Seite an, den Bremssättel abzumontieren. Im ersten Schritt mache ich hier meinen Ausgleichsbehälter auf. Ich habe hier schon einen Schnuddellappen. Dazu ist hier so eine Sicherungsschraube, die muss raus. Und eine Sicherungsklammer, das legen wir mal an die Seite. Dann habe ich hier schon einen Lappen drum liegen. Ich lege trotzdem noch einen rum, falls hier mal ein bisschen Bremslösigkeit ausläuft, Übertritt, wie auch immer. Dann wird der Behälter aufgeschraubt. Den Ring entnehmen, die Dichtung entnehmen, dass wir dran kommen. Auch das lege ich beiseite. Und jetzt nehme ich mir meine Spritze und ziehe den Ausgleichsbehälter fast komplett leer. Die Spritze lasse ich stecken, dass ich weiß, wo es ist. Ich lege mir den Schnuddellappen jetzt hier drüber, dass, falls es irgendwo mal ein bisschen spritzt, mir nicht in die Verkleidung oder ins Cockpit spritzt und unschöne Flecken hinterlässt. Jetzt gehen wir runter an den ersten Sattel. Ja, wir beginnen hier auf der rechten Seite an dem Bremssattel. Der ist hier unten und da oben eine Schraube. Die müssen beide raus. Das ist ein Inbruch. Wenn man den auf Losschrauben stellt, geht es auch einfacher. Einmal. Zweimal. War nur ein bisschen schwierig, an der Bremsleitung vorbeizukommen. Aber auch das geht. So, dann kann man den Bremssattel auch schon abnehmen. Vorsichtig. Jetzt bitte nicht hängen lassen, weil wenn man den hängen lässt, gibt es Zug auf die Leitung. Das ist für die Leitung nicht gesund. Und dann beschäftigen wir uns auch schon mit dem Ausbau bzw. im Anschluss mit der Reinigung. Das könnte spannend werden. Das ist nämlich eine Vierkolbenbremse. Und dreckig ist er auch, wie es auch. Woran erkennt man ganz kurz, dass hier die Belege zu wechseln sind. Ihr seht, hier sind die träge Platten. Das hier sind die Bremsbeläge hier innen. Und da sind so Nuten drauf. Wenn die Nuten nicht mehr zu sehen sind, dann solltet ihr euren Belag auf jeden Fall wechseln. Ich mache das jetzt einfach schon vorher, da ich ja hier auf Sintermetall umsteigen will. Und die Sättel sowieso mal eine Grundreinigung nötig haben. So, wir wollen jetzt hier vorne diese zwei Schrauben rausdrehen. Dazu setze ich hier einen Inbus ein. Nehme mir meine Ratsche. Stelle die auf lose. Und dann schrauben wir die ersten Belege hier, die ersten Splint, der die Belege in der Führung hält, einfach raus. Das ist jetzt ein Geschraubter im Vergleich zu den anderen. So, fertig geschraubt. Wenn fertig geschraubt ist, muss man die Belege ein bisschen in der Führung halten. Und dann kann man normalerweise die Splinte einfach rausziehen. Genau. Also oben hat schon verloren. Man sieht hier, das klappert ein bisschen. Das muss man hier ein bisschen festhalten. So sieht das Ding aus. Auch das hat eine Reinigung mal nötig. Legen wir erstmal an die Seite. Manchmal kann man sich auch ein Hilfsmittel nehmen und kann einfach von unten ein bisschen schieben, dass man oben einfach irgendwann besser drankommt. Dann fallen auch schon die ersten Belege raus. War ja klar. So, wenn es mit Ziehen nicht klappt, brauchen wir ein Hilfsmittel. So, jetzt hat es verloren. Jetzt fallen hier auch schon die Halteklammern ab. Bei den Halteklammern einfach nur vorher mal gucken, wie rum die drin waren. Bei der C ist es so, dass hier dieser Mini-Flügel Richtung Schraubgewinde kommt. Dann kann man die auch schon rausnehmen. Alles an die Seite. Und im Prinzip fallen einem die Belege hier jetzt auch schon entgegen, wie man sieht. Wie rum die drin sind, spielt in diesem speziellen Fall vorne keine Rolle. Wenn man sich die Belege jetzt mal anguckt, da sind auch diese Nut drin, die den Verschleiß anzeigen. Hier wäre also auch noch ein bisschen Spiel gewesen. Aber das sind auch noch die ersten Originalbelege. Ja, die werden schon ein paar Tage älter sein. Also hat sich das Ganze hier auch ein Wechsel einfach mal rentiert. Wie bisher immer gezeigt, hier drin sind vier Kolben. Die Kolben müssen nachher zurückgedreht werden. Bevor ich die jetzt aber zurückdrehe, werde ich die erstmal reinigen. So, bevor hier die neuen Belege dann reinkommen, müssen die Kolben natürlich reingedrückt werden. Das ist natürlich auch ein bisschen Fudelarbeit. Weil man kann immer nur einen Kolben quasi drücken. Das heißt, man muss immer hin und her. Wenn man einen Kolben reingedrückt hat, kommt ein anderer wieder raus. Hin und wieder mal einen Blick nach oben auf den Ausgleichsbehälter werfen. Nicht, dass euch da die Bremslüssigkeit überläuft, die ganze Soße. Das sollte normalerweise hier auch mit der Hand zu machen sein. Bei mir geht das schon ganz gut. Jetzt hat man nochmal Zeit, um da nochmal irgendwie durchzureiben. Oder sauber zu machen oder was auch immer. Ja, los geht's. Ich habe mir meine neuen Belege alle ausgepackt. Die kommen natürlich, werden jetzt erst noch vorbereitet. Das heißt, der Sattel muss erst nochmal aus den Füßen. Vorbereiten heißt, auf die Rückseite der Belege kommt hier an die Quietschpatzes drauf. Die Rückseite ist das. Das hier wäre die Vorderseite. Das hier ist der Bremsbelag. Da sollte nichts drauf. Das wäre nicht so gesund für euer Bremsverhalten. Das Ganze mal vier. Wenn ihr das gemacht habt, muss man die zwei Sicherungsbolzen noch reinigen und die Klammern. Wenn die Sicherungsbolzen und Klammern gereinigt sind, auf die Bolzen, hier auf die Bolzenfläche, auch an die Quietschpaste drauf und niemals nicht hier auf das Gewinde. So, dann nehmen wir den Bremsviertel, setzen die ersten Belege ein. Nehmen den. Es ist jetzt ein bisschen Fuddelarbeit. Man muss die Belege quasi auseinanderhalten, diese Klammer hier einsetzen und den Bolzen da reinstecken. Also alles auf einmal, weil die Belege müssen in der Führung sein. Der Bolzen muss in der Klammer sein und ja, ist ein bisschen tricky, das Ganze hier reinzusetzen. Es empfiehlt sich hier was dazwischen zu legen, dass die Belege auseinandergehalten werden. Ich weiß noch nicht so ganz, in welcher Reihenfolge ich das hier aufsetzen werde, aber es wird irgendwie funktionieren müssen. So, der erste hat schon mal ganz, glaube ich, ganz gut funktioniert. Jetzt geht es da dran, den da wieder reinzuschrauben. Und ob wir richtig stehen, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Jetzt muss man nämlich hier noch Kontrolle, die machen. Die sind nämlich hier drin in keinster Weise richtig in der Führung drin. Deswegen stecke ich mir das hier so ein bisschen dazwischen, dass die einfach auseinandergehalten werden. So, das war Nummer eins. Hier nochmal kontrollieren, ob auch der Splint über diesen Nupsi hier ist. Ob das alles richtig rum drin ist. Das sieht aber so stark nach dem Fall aus. Dann machen wir das Ganze auch noch auf dem zweiten Kolben. Und auf dem zweiten Kolben ein paar Belege reinlegen. Ausrichten. Die Feder, Klammerfeder rein. Auf der anderen Seite dagegen drücken. Blind einsetzen. So, erster Bremsbacken. Und Feder. Im zweiten sind wir auch schon drin. Jetzt muss man nur auf der anderen Seite den Ausgang wiederfinden. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Belege noch ein bisschen wieder auseinanderschieben. Auch hier nochmal eine Kontrolle und Sichtprüfung. Scheint aber bestanden zu haben. Dann setzen wir den Backen wieder, den ganzen Satten wieder auf. Und die Scheibe quasi zwischen die neuen Bremsbeläge. Das Ganze erstmal handmäßig fixieren. Wenn das schon mal handmäßig da drin fixiert ist, kann man schon langsam hingehen und hier den Sattel an sich wieder festschrauben. Jetzt wo das Ganze auch von sich gehalten wird, kann man die Halterung für die Belege nochmal nachziehen. Das passt auch alles. Somit haben wir die erste Seite schon mal fertig. Und man sieht, es ist viel, viel anstrengender oder komplizierter zu wechseln, wie zum Beispiel an der ESXN. Jetzt die eine Seite haben wir ja schon fertig. Jetzt geht es an die andere Seite. Ich hoffe jetzt, dass das einen Tacken schneller geht. Als erstes wieder den Sattel losschrauben. So, eine Schraube. Die Schraube lassen wir jetzt gerade noch so einen Momentchen drin. Ich schraube mir jetzt hier schon die Belege etwas lose, damit ich es gleich nicht so schwer habe und nicht so viel an den Bremsleitungen rumwackeln muss. Das ist schon mal perfekt. Gehen wir hin und schrauben den Sattel insgesamt los. Geht auf der Seite ein bisschen schwieriger, da da ja zwei Bremsleitungen im Weg sind. Jetzt haben wir es los, können den Sattel abnehmen, vorsichtig auf die Felge. Jetzt brauchen wir wieder die passende Nuss und die Ratscher. Wir schrauben das Ganze ganz raus. Einmal. Zweimal. Mit der Zange. Die Bolzen hier rausgezogen. Das war eine Feder. Das ist nicht schlimm, die sammeln wir gleich wieder an. Zack, bumm. Das war Nummer zwei. Die Feder auf der anderen Seite kommt jetzt auch gleich raus. Und die Belege fallen hier auch schon entgegen. Den Sattel kurz wieder deponiert. Die Feder wieder reingesammelt. Ordnung am Urwärtsplatz schaffen. Das A und O. Jetzt gehe ich hin und machen wir meinen Sattel wieder sauber. Und dann geht es auch schon mit den neuen Belegen wieder weiter. So, nachdem der ganze Bremssattel mal wieder ein bisschen gereinigt worden ist, müssen die Kolben, die hier innen drin jetzt rausstehen, wieder reingedrückt werden. Man sieht, die sind auch jetzt wieder einigermaßen sauber. Also jedenfalls besser wie vorher. Ich drücke immer einen Kolben rein. Nicht einen reindrückt, kommt ein anderer raus. Das ist aber auch völlig normal und im Rahmen. Wichtig ist nur, dass ihr also mal, also hin und wieder, oben am Bremsflüssigkeitsbehälter guckt, dass euch da nicht die ganze Soße überschwappt. Und wenn man hin und wieder einfach der Reihen nach immer einen von den Vieren reindrückt, hat man relativ schnell alle in ihrer Ausgangsposition. Dann kann man nochmal eine grobe mechanische Reinigung hier durchführen, um noch letzte Flüssigkeiten vom Reinigen oder auch Dreck noch rauszukriegen. Sehr schön. Und jetzt geht es quasi wieder an die Vorbereitung der Bremsbeläge. Das heißt, den Sattel aufhängen, Bremsbeläge vorbereiten. Dann wollen wir jetzt entfüllte ich die Sattel doch vorbereiten. Also hier raus. Eins, zwei, drei, vier. So, das ist alles Bremsbelag. Da kommt nichts drauf, also alle rumdrehen. Zack, zack, zack. Auf die Stifte, an die Quietschpaste, nicht auf das Gewinde. Auf die ganzen Rückseiten der Bremsbeläge an die Quietschpaste verteilen. Den Bremssattel wieder nehmen. Jetzt kommt wieder die heiße Phase. Einen Sattel einlegen. Noch einen Sattel einlegen. Die Klammer mit dem Nupsi richtig rum einsetzen. Das ist auch einfach sauschwierig zu filmen. Aber ich denke, jeder, der das an seinem Motorrad macht, wird genau erkennen, was hier Sache ist. So, jetzt sitzt es richtig. Stift hier durch. In den anderen Bremsbelag rein. Und dann mit der passenden Ratsche, die richtig rumdreht, das Ganze hier wieder festmachen. Was man jetzt sieht, hier der Bremsbelag ist nicht richtig drin. Das sollte man vielleicht noch korrigieren. So, jetzt ist er richtig dran. Und jetzt können wir es festkauen. Das ist ein bisschen arische Fummelarbeit. Tut mir echt leid. Ich würde es euch gerne besser zeigen. Aber ich weiß nicht, wie. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Also unten eingelegt, die Klammer drauf, den Belag oben reingeschoben. So, ein Abstandshalter dazwischen. Den Nupsi rein. Den Nupsi, ja. Und hoffen, dass es passt. Passt natürlich nicht. Jetzt hat es klar gemacht. Jetzt ist es drin. Jetzt kann man auch festschrauben. Das sieht gut aus. Ehe wir es jetzt ganz festziehen, kommt der Sattel erstmal wieder in die Halterung. Gucken, dass die Scheibe zwischen den Belägen ist. Ansonsten macht Bremsen keinen Sinn und auch keinen Spaß. Das Ganze jetzt wieder festziehen. Jetzt ziehen wir den Splint für die Beläge nochmal an. Beziehungsweise schrauben ihn komplett fertig rein. Machen wir nochmal eine Sichtprüfung, ob das mit den Belägen passt. Und dann gehen wir endlich mal wieder an den Ausgleichsbehälter. Schnuddeltuch weg. Sieht ganz gut aus. Jetzt langsam pumpen. Wenn ihr schnell pumpt, spritzt euch durch den Bremszylinder die Flüssigkeit nach oben. Wir pumpen jetzt hier, um die Flüssigkeit wieder in die Kolben zu pumpen. Dass die Kolben rausgehen und die Beläge sich wieder an die Scheibe anlegen. Dadurch nimmt euren Flüssigkeitsstand hier im Ausgleichsbehälter wieder ab. Und darauf achten, dass wenn der leer ist oder leer wird, ihr den wieder durch die Spritze hier auffüllt. So, jetzt merke ich auch hier schon einen satten Bremsdruck. Das heißt, die Beläge müssten jetzt an der Scheibe anliegen. Mal bremsen, mal vorne drehen, da tut sich nichts. Und jetzt durch sachtes Auffüllen, den Behälter wieder sachter auffüllen mit der Spritze, bis zur Vollmarkierung. Kurze beiseite legen. Jetzt kommt wieder die Gummidichtung drauf. Jetzt läuft da auch ein bisschen über. Zum Glück habe ich da noch ein Schweißband drum. Eine Sutteldichtung quasi. Den Abstandshalter, den Deckel. Alles was überschlüssig ist, natürlich wieder wegwischen. Mal gucken. Bremst noch, perfekt. Alles was überschlüssig ist, wegwischen. Und dann kommt wieder hier die Halterung drauf. Das Schräubchen rein, alles festgedreht. Mein Schweißband kommt wieder hoch. Und damit ist oben quasi auch schon wieder alles abgeschlossen. So wechselt ihr die Bremsbeläge vorne an der ZX63610 Ninja von Kawasaki. Es ist ein bisschen aufwendig. Arbeitet bitte gewissenhaft und vorsichtig an der Bremsanlage. Viel Spaß beim Nachmachen vor allem. Ich glaube schon, dass ich das hier bei mir rentiert habe. Schrauben haben wir auch keine über. Also haben wir wohl alles richtig gemacht. Die ersten Male, wenn ihr fahrt, macht bitte vorsichtig. Aber um zu gucken, ob die Bremse wirklich funktioniert. Und um die Bremsbeläge quasi auf die Bremsscheibe auch wieder einzubremsen. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr Spaß am Nachmachen habt, lasst einen Daumen nach oben da. Also ein Like. Ein Abo wäre super. Und ihr könnt auch gerne bei Facebook vorbeischauen. Vielleicht können wir den Auftritt da ja nochmal ein bisschen ausbauen und erweitern. Ja, wir sehen uns. Bis dann.